Ich begrüße alle Freunde des Abends der Stille, die sich sonst hier jeden Freitag versammeln und auch die, die vielleicht heute zum ersten Mal online teilnehmen. Wieder einmal dürfen wir nur online zusammenkommen, aber wir dürfen in einem Geist, in Gottes Geist zusammenkommen und können uns so trotz der räumlichen Entfernung gegenseitig unterstützen. Heute geht es um die Freude im Herrn, ein Text, der gut in die Adventszeit passt. Ich verbinde das mit meiner damals kindlichen Hoffnung und Erwartung, dass an Weihnachten die Sehnsucht nach Sinn, nach Substanz, nach Gemeinsamkeit und Lebendigkeit erfüllt wird. Das ist noch keine Freude im Herrn, aber eine Sehnsucht, die mir immer wieder den Weg zu Jesus weist. Wir wenden uns jetzt mit den Eingangsworten an Gott, der uns alle verbindet. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Angesichts der eigenen Ohnmacht und Schwäche verzweifeln wir häufig. Doch im ersten Lied wird klar ausgedrückt, wie wir uns in aller Not an Gott wenden können. Wir flehen um deine Gnade. Ich habe etwas, was wir von dem, denn wir тем, dass wir uns in aller Not an Gott steckt. Wir befinden die Gnade. Die Gnade. Ich habe eine Be is mir ist unglaublich, was es glaubt, dass wir uns in der Mitte, dass es uns in der Mitte und die Stadt, wir liegen um die Dadelijkheit, wo wir uns in der Mitte, die Arbeit und in der Mitte, und die beden. Wir befinden uns bei einem Politik, in der Mitte, der sich die Leute in die H alma ist. Ich habe etwas, was wir uns in der Mitte, um den Staat, und, was wir uns in der Mitte, in der Mitte zum nächsten Jungen, Sohne das Wort, ich liebe es zu tätig, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen den Psalm 142 beten, in dem sich der Psalmist in seiner Bedrängnis voller Zuversicht an den Herrn wendet. Laut schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn. Meine Sorge schütte ich vor ihm aus, tue kund vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in mir verzagt, kennst doch du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich gehe, haben sie mir Schlingen gelegt. Blicke zur Rechten und sieh, niemand will mich kennen. Verloren ist mir die Zuflucht, niemand fragt nach mir. Herr, ich schreie zu dir, ich spreche. Du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebenden. Vernimm mein Flehen, denn ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich hinaus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden sich um mich scharen, weil du mir Gutes tust. Normalerweise nehmen wir uns jetzt immer eine Zeit der Stille und lassen den Psalm auf uns wirken. Wer mag, kann den Film dazu einfach einen Moment pausieren. Im Psalm haben wir den Hahn um Hilfe angefläht. Im Abendmahl schenkt er uns diese Hilfe. Seinen Geist der Lebendigkeit verheißt. Wir singen jetzt, du bist heilig, du bringst teil. Wir singen jetzt, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Wir singen jetzt, du bist heilig, du bist heilig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Als Lesung haben wir heute einen Brief des Paulus an die Philippa. Einige Verse, sehr bekannte Verse. Hier geht es um die Freude, ganz schön viel Freude, die er dort den Philippern anempfiehlt. Wir lesen also jetzt diesen Brief im Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wer nochmal nachsinnen möchte über diesen Text, kann jetzt mal die Pause-Taste drücken. Oder hören Sie weiter zu. Wer eine gründlichere Auslegung zu diesem Text hören und sehen möchte, der hat die Möglichkeit, da in dem Kreis mit dem I drin, auf den Bibelimpuls für den heutigen Abend zu verlinken. Ich werde jetzt hier nur ganz kurz etwas dazu sagen. Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege, also immer. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Das fällt uns normalerweise nicht leicht, uns zu freuen. Insbesondere jetzt in dieser Zeit, wo es um ziemlich unangenehme Dinge geht, wo der Lockdown stattfindet, wo die Geschäfte fast alle zumachen, wo man jetzt vor der Weihnachtszeit keine Gelegenheit mehr hat, weitere Geschenke zu kaufen. Also die Freude, die ja normalerweise ein Wort ist, das für Weihnachten gedacht ist, bleibt aus, oder? Es hängt davon ab, woher wir die Freude beziehen. Wenn Freude darin besteht, dass wir schöne Geschenke bekommen und gutes Essen und überhaupt all die angenehmen Dinge, die wir schon von Kindheit an mit Weihnachten verbinden, klar, das wird vielleicht jetzt ein bisschen weniger sein. Manche werden sich vielleicht freuen, dass sie nur im kleinen Kreis Weihnachten feiern dürfen. Manche werden die große Familie vermissen. Manche werden erleichtert sein, dass bestimmte Leute nicht kommen können. Es gibt viele Formen von Freude, aber diese ganzen Freuden sind äußerlich. Paulus meint hier eine Freude, die ganz und gar von innen kommt. Eine Freude in dem Herrn und, wenn man es mal jetzt sprachlich anders ausdrückt, aus dem Herrn. Eine Freude, die damit zu tun hat, dass Jesus diese Freude in uns erzeugt. Paulus hat ja einmal in einem seiner Briefe gesagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Sein Leben war nach seinem eigenen Empfinden angefüllt mit Christus. Und Christus selbst ist der Inbegriff der Freude. Das hat er an vielen Stellen gesagt, wie wichtig es ihm ist, dass wir uns an ihm und mit ihm erfreuen können. Und dass wir uns auch darauf freuen können, dass wir einmal tatsächlich in der Ewigkeit mit ihm zusammen sein können. Freude ist also, man kann es fast sagen, der zweite Vornamen Gottes. Und Paulus hat das gelebt und gemerkt, er war keiner, der sich ein einfaches Leben gemacht hat. Er hat sehr viel mitgemacht und wer das mal lesen will, der braucht nur mal die Apostelgeschichte durchzulesen. Dann weiß er, was Paulus alles erleben musste. Ein kleines Beispiel, er ist einmal von der Stadt gesteinigt worden. Wurde für tot gehalten, am nächsten Tag ging er weiter. Freude ist also etwas, was offensichtlich eine Kraft von ganz innen schenkt. Und das ist das, was wir brauchen, gerade in dieser Zeit. Eine Kraft, die ganz von innen kommt. Aber was brauchen wir dazu? Freude setzt voraus, dass wir unsere Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung ihm entgegenbringen. Oder anders ausgedrückt, dass wir uns ihm hingeben. Denn erst dann ist es möglich, dass wir uns so öffnen, dass er diese Freude in uns wirksam werden lassen kann. Und das Besondere an Freude ist ja im Gegensatz zu Spaß oder Lust oder Triumph, dass sie tatsächlich eine Qualität in sich trägt, die einen gewissen Ewigkeitscharakter hat. Sich wirklich zu freuen, das ist etwas, was wie aus einer tiefsten Heiterkeit heraus entsteht. Etwas, was gar nicht aufhören muss. Wer mal so richtig geliebt hat, weiß, dass diese Freude nicht irgendwann aufhört, sondern dass sie weitergeht, dass sie einen trägt, durch den Alltag trägt. Und wenn wir richtig, vollständig lieben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und das ist der eigentliche Sinn von Weihnachten. Ja, und ein Weihnachtslied, das werden wir jetzt auch noch singen können. Ein Lied, das von einem Mann gedichtet wurde, der, wenn man sein äußeres Leben betrachtet, nicht viel an Freude erlebt hat. Im Dreißigjährigen Krieg, Kinder verloren, Frau verloren. Aber der auch von einer inneren Freude angefüllt war, die so groß war, dass er im schlimmsten Kriegsgeschehen in der Lage war, unglaublich freudevolle Lieder zu dichten. Und unser Gesangbuch ist voll davon. Seine Freude war so groß, dass da immer ganz viele, viele, viele Strophen daraus wurden. Wir singen heute nur vier, nämlich fröhlich soll mein Herze springen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben jetzt die Gelegenheit zum Beten. Man kann laut oder leise beten, weil Gott so und so ins Herz guckt und er auch versteht, wenn wir die Worte nicht so gewählt ausdrücken können. Lieber Jesus, ich danke dir sehr für diese Freude. Das ist für mich erst mal ein Versprechen, worauf ich mich sehr freue und wonach ich mich sehne. Aber du hast es mir auch schon erfahrbar gemacht, auch in Zeiten, wo ich eigentlich sehr traurig war. Und ich danke dir sehr dafür, dass du da bei mir warst. Und ich zwar den Schmerz gespürt habe, aber gleichzeitig mich so von dir gehalten und getröstet gefühlt habe. Lieber Jesus, ich bitte dich sehr, dass du bei denen bist, die gerade in dieser Zeit jetzt verzweifelt sind, die alleine sind. Und ich wünsche mir sehr, dass sie erfahren, dass sie von dir hören und etwas von dir erfahren. Amen. Amen. Lieber Vater, Freude in deinem Sinne ist etwas, das sind wir nicht gewöhnt. Wir sind alle nach außen gepolt auf das, was Spaß macht, das, was Lust bringt, das, was uns ablenkt. Aber Freude, wie du sie uns schenken willst, ist so etwas wunderbar anderes und für so viele Menschen etwas Neues. Aber jeder, der sie einmal geschmeckt hat, der erfahren hat, dass diese Freude nichts anderes ist, als der innerste Ausdruck deiner Liebe, mit der du uns umfängst und durchdringen möchtest, der wird davon nicht mehr loskommen. Der wird das als das Unvergesslichste und Kostbarste in seinem Leben bewahren. Und er wird immer und immer und immer wieder danach suchen. Ich bitte dich, mach es den Menschen erfahrbar. Mach es so vielen, die jetzt erst einmal verzweifelt sind und die nicht weiter wissen. Die vielen, die jetzt abgelenkt sind, weil sie meinen, sie müssten sich irgendetwas verschaffen, damit ihr Leben einigermaßen angenehm wird. Mach ihnen erfahrbar. Auch in der größten Dunkelheit, dass deine Freude das tiefste Licht ist, das in unseren Herzen aufglühen kann. Ein Licht so voller Wärme und so voller Güte und so voller Zärtlichkeit. Bitte hilf insbesondere denen, die sonst keine Hilfe haben. Amen. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir den Abend mit einem Lied beschließen, wollen wir um Gottes Segen bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Das letzte Lied führt uns zu Weihnachten, zum Kind im Stall. Menschen stehen und frieren. Menschen sitzen. Menschen sitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020